So Freunde, willkommen zurück zu Rift. Ihr seht, die Münzsperre ist nach wie vor aktiv. Ich habe immer noch keinen Zugriff zu dem Konto und es wird wahrscheinlich auch so bleiben. Dazu allerdings später mehr. Momentan haben wir erstmal ein paar Quests abgeschlossen. In der letzten Folge haben wir ein bisschen was gearbeitet. Wir sollen zu Jon Tom im Laternenhaken zurückkehren und mit Ben Quali sprechen. Deren beiden Aufgaben haben wir bereits erledigt. Das werde ich jetzt direkt tun. Der erste steht direkt vor uns. Jon Tom könnte auch Jon heißen. Jon wird aber normalerweise anders geschrieben. Okay. So, jetzt können wir uns hier diesen schicken Mantel aussuchen. Der natürlich schlechter ist wie das, was wir schon anhaben. Das kennen wir ja schon. Das ist ja irgendwie immer so. Möge die Welt morgen noch existieren. Das denke ich mir auch jeden Tag. Okay, wir gehen zu der nächsten Quest, die wir abgegeben haben. Und dann gibt es ja hier jede Menge neue Quests. Warte mal, wo müssen wir denn hin? Da vorne hin. Weihnachtsbaum. Aha. Ja, es ist bald Weihnachten. Ich habe Arbeit für Auserwählte. So. Und da haben wir einen Umhang. Das ist natürlich eine geile Sache. Weil der ist jetzt wirklich besser als das Teil, was wir anhaben. Jetzt müssen wir mal gucken. Da gibt es Verschiedenes. Das himmlische Cape, was kann das? Weisheit, Ausdauer, Zaubertreffer. Alle Widerstandsarten plus 38. Geschicklichkeit, Ausdauer. Ne, brauchen wir nicht. Intelligenz, Ausdauer. Und das war Weisheit, Ausdauer. Oder Stärke, Ausdauer. Das ist natürlich eine große Frage. Brauchen wir jetzt Weisheit oder Intelligenz? Ich würde fast sagen Intelligenz. Zaubertreffer plus 9. Ausdauer plus 8. Wir nehmen den schmelzenden Schal. So. Bevor ich es vergesse, werde ich ihn jetzt erstmal hier aufziehen. Beziehungsweise, wieso drücke ich auch eigentlich I? Bei I kommt hier die Gruppensuche. Okay. Ich bin das so gewohnt, dass man hier mit I das Inventar aufrufen kann. Jetzt muss ich erstmal nicht einen Schal suchen. So, was war denn das jetzt hier? Alter Schwede, jetzt muss ich erstmal durchblicken hier. So, warte mal. Irgendwo muss der doch stehen. Das ist doch hier normalerweise. Die heulen schon wieder im Hintergrund. Und ich finde das Teil nicht. Warte mal. Ich blicke da überhaupt gar nicht durch eh. So, das ist doch hier. Das müsste hier in der Zahl geordnet sein. So, das müsste doch hier sein. Alles klar. Okay. Jetzt haben wir es endlich gefunden. Gut Ding will Weile haben. So, und damit sind wir wieder ein ganzes Stück besser. Sehr schön. Alles klar. Jetzt habe ich hier noch, Post sehe ich, einen Brief. Ich weiß jetzt allerdings nicht, wo hier genau ein Briefkastel ist. Doch, da vorne. Auf der Minimap sehe ich ihn. Direkt hier neben uns. Da ist er. Ach so, das kann ich jetzt, ich wollte schon sagen, das kann ich wegen der Münzsperre nicht machen. Aber das stimmt so nicht. Ich habe zwei neue Briefe. Wie oft machst du Videos und führst du das LP zu Ende bis 60? Auf jeden Fall ein nice LP. Weiter so. Ja, da kann ich ja die Fragen direkt hier beantworten. Momentan ist es ja so, dass ich diese Münzsperre habe. Deswegen, ich bin mir nicht so ganz sicher, wie es weitergeht. Ob ich da nochmal Zugriff drauf bekommen werde. Denn ich habe keinen Zugriff mehr auf das E-Mail-Konto. Das heißt, nur noch sehr eingeschränkt. Ich kann es euch ja mal erzählen. Das ist ja kein Geheimnis. Ich habe mich von meiner Frau getrennt. Und Rift war die ganze Zeit auf meine Frau angemeldet. Meine Frau, habe ich jetzt bei meiner Frau, habe ich jetzt natürlich keinen Zugriff mehr auf das E-Mail-Konto. Das heißt, ich müsste sie jedes Mal anrufen oder ihr eine SMS schreiben, dass sie mir diesen Code für diesen Münzsperre gibt. Ich kann die E-Mail-Adresse nicht ändern, weil ich diese Sicherheitsabfragen nicht beantworten kann. Der fragt mich so einen Schwachsinn wie, wo haben sie ihr erstes Auto gekauft? Ja, das war von einem Freund, aber das Wort Freund akzeptiert er dich. Das heißt, ich muss mal sehen, wie es weitergeht. Auf jeden Fall geht es noch weiter. Ich weiß nicht, ob wir bis 60 spielen. Es geht auf jeden Fall weiter. Und wenn alle Stricke reißen, dann mache ich mir einen neuen Account. Da müssen wir nochmal von Null anfangen. Aber mein Gott, das ist halt so. Auf jeden Fall geht es noch weiter. So. Hi, Kryo. Ich bin es. Der Herr von Double Trouble auf YouTube. Haha, hallo. Das stimmt. Das war doch hier. Ich kann mich nicht daran erinnern. Das Problem ist natürlich manchmal, dass ich relativ viel Post bekomme. Manchmal mehr, manchmal weniger. Ich glaube, in den Tagen, wo ich ganz wenig bekomme, bekomme ich so zwischen 5 und 10 Nachrichten. Und es gibt aber auch Tage, da habe ich zwischen 60, 70, 80 Nachrichten. Und da vergesse ich natürlich was. Aber ich glaube, das war der Kollege, den ich gebeten habe, mir doch mal ingehm eine Nachricht zu schreiben. Vielen Dank. Alles klar, dann weiß ich Bescheid. Ich werde mich an dich wenden, sobald ich eine Frage habe. Gut. Jetzt würde ich vorschlagen, nachdem wir eine ganze Menge rumgebabbelt haben, dass ich einfach mal ein paar Quests annehme hier. Die hier nehme ich nicht an, aber diese hier nehmen wir an. Gute Reise. Ich werde hier aber eine ganz andere Quest natürlich auch mal annehmen. Ben Qualli aus Laternenhaken möchte, dass ihr dabei helft, die Skarabänenlager beim Zecken-Zackenrand, nicht Zeckenrand, im Südwesten zu beenden. Und dann hat er noch was. Er möchte, dass ihr den Zackenrand auskundschaftet, die Region im Westen, erkundet die 5 Gebiete, die durch Banner von Laternenhaken markiert sind und meldet euch danach wieder bei mir. Viel Glück. Dankeschön. So, aber es gibt noch mehr Quests. Hier, einmal von Rohr. Reist von Laternenhaken nach Süden in das Gebiet, in dem sich der Zentaurenholz und der Zackenrand überschneiden. Fangt dort mit Hilfe des Jagdbeutens Langzahnjunge. Der Beutel funktioniert nur auf kurze Entfernung. Okay, ich glaube, jetzt haben wir eine ganze Menge Quest. Die einzige Quest, die da vorne noch offen ist, ist dieser komische Pfahl. Aber das brauchen wir jetzt nicht mal. Wieso heulen die hier immer in Rift? Irgendwie macht mich das so ein bisschen depressiv. Ja, das ist jetzt übrigens die erste Folge, wo ich es verraten habe. Ich habe mich von meiner Frau getrennt. Das ist auch der Grund, warum es in den letzten zwei, drei Wochen nicht ganz so viele Folgen gab. Das Problem ist halt, man ist da nicht immer so gut drauf. Und wenn ich nicht gut drauf bin, dann kann man natürlich auch keine Folgen aufnehmen. Zumindest nicht in der gewohnten Qualität, in der gewohnten Stimmung. Und ich bin ja eigentlich jemand, der gerne spielt, der Freude beim Spielen hat. Und wenn man dann selbst Probleme hat und so weiter, dann kann man das nicht so weitergeben. Und deswegen muss ich dann etwas langsam machen. Mittlerweile hat sich das alles, ich will nicht sagen, dass sich alles erledigt hat, auf gar keinen Fall. Aber es hat sich alles wieder so ein bisschen eingespielt. Es kann weitergehen. Und ich bin auch hin und wieder wieder, hin und wieder ganz gut drauf. Gut. So, so viel zum Privaten. Jetzt sehe ich hier im Westen jede Menge, was es zu tun gibt. Besiegs garer Behen. Okay. Das erste ist ja direkt hier. Sammelt mithilfe des Jagdbeutels Langzahnjunge. Gut, machen wir das. Mithilfe des Jagdbeutels. Was ist das da unten hier? Langzahnjunge. Langzahnschleicher. Ja, da müssen wir aufpassen. Weil die Jungen, das sind die hier, die machen uns nichts. Aber Mutter und Papa, die werden uns den Hintern aufreißen. So. Ach, das ist ja blöd. Dann lasse ich doch die mal kämpfen. Kann ich das hier? Ihr seid zu weit weg. Jetzt geht's. So. Während der Quantum kämpft, können wir hier schön die kleinen Kerlchen einsammeln. Und da kommt auch schon der nächste an. Aber das müssen wir hinkriegen. Oh. Das ist eine gute Quantum außen weitergefallen. Das ist aber nicht so schön. Schaffen werden wir es trotzdem, hoffentlich. Ja, bleibt locker. Das werden wir noch packen hier, oder? Nein. Das war die letzte Rettung. Sonst wäre ich jetzt tatsächlich aufgefallen. Aber gut. So. Auf jeden Fall haben wir zwei von den Jungen. Das heißt, wir brauchen noch vier Stück. Wenn ich noch richtig rechne kann. Nach all den Trubeln der letzten Zeit. Aber ich glaube, es sieht gut aus. Da ist noch jemand. Servus. Achso, ich muss ihn vielleicht mal anklicken vorher. Oh oh. Und da kommt der ja. Papa ist unterwegs. Entschuldigung. Vielleicht ist es natürlich auch die Mama. Keine Ahnung. Hallo? Was ist denn jetzt los? Was ist denn los hier? Verdammte Scheiße. Wieso bin ich denn so schlecht? Ach, ich habe meine Buffs gar nicht an. Alter Schwede, eh. So. Wir werden das ja auch packen jetzt hier. Warte mal. Musst du noch plündern? Plündern im Jenseits nicht möglich. Natürlich nicht. Ja, wenn das möglich wäre, dann werden wahrscheinlich hier die ganzen Wohnungen immer leer. aber den vielen Geistern, die hier überall rumlaufen. Nein, nur kleiner Spaß. So, warte mal. Spannend. Und Quantum hole ich auch noch mal. Dann werden wir das Ganze noch mal probieren. Deswegen war ich so schlecht, weil ich meine Buffs vergessen habe. Verdammt noch mal. Und ich muss mal wieder so langsam zu einem Heiler. Beziehungsweise, warte mal. Während Quantum da ein bisschen kämpft, werde ich mir mal die Jungen hier schnappen. So, und du auch. Ich meine Tasche. Einer fehlt noch. So, warte mal hier. Der. So, sollte ich das übrigens machen mit dem neuen Account und bei Null starten, dann würde ich das so machen, dass wir vorher auf jeden Fall noch unser Event zocken, was wir geplant haben. Dann werde ich natürlich meiner Frau vorher eine SMS schreiben, oder so, dass sie mir ja praktisch diese Münzsperre aufhebt. Und dann werde ich natürlich auch das ganze Geld, was ich mir so erwirtschaftet habe, auch transferieren. Das geht ja ganz einfach, indem ich mir auch hier wieder vorher die Mitsperre deaktivieren lasse. Aber wie immer ist es halt dann sehr umständlich, jedes Mal zur SMS zu schreiben, zumal ich hier bei dem Rechner, wo ich gerade bin, irgendwie jeden Tag den Münzsperre neu aktiviert bekomme. Aber irgendwie werden wir das Ding schon hinbekommen. So, das war es wieder mit Quantum. Natürlich ist er wieder draufgegangen, der Pfeifenkopf. So, machen wir schnell jetzt hier. Wir haben es geschafft, gerade so. Weil der nächste Heiltrank ist noch nicht bereit. Aber wir brauchen noch ein Junges, da vorne. Komm, da steht doch ganz eins, ganz einzeln rum. Warte mal, da kommt hier der Tiger an. Ja, es ist kein Tiger, ich weiß. Ich muss nur einen kurzen Moment warten. Ich hol es dann einmal Quantum. Und dann haben wir die erste Quest auch schon wieder erledigt. So, jetzt. Na, komm her, mein Kleiner. Und weg ist er. Könnten wir uns direkt abgeben. Schau mal gerade, da vorne. Ich gehe auch mal direkt hin. Vielleicht gibt es da nämlich wieder eine neue Aufgabe, die wir auch hier in diesem Gebiet lösen müssen. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir das als erstes mal tun. Das wäre erledigt. Er hat auch gar keine neue Aufgabe für uns. Das heißt, wir können uns jetzt erst mal den anderen Dingen widmen. Einfach hier weiter vorlaufen. Dann kommen wir direkt in das nächste Gebiet. Und da haben wir Folgendes zu tun. Verwendet Folgendes, um die Leichen zu säubern. Gesegneter Dekanther. Null von fünf. Das ist doch das Ding hier, ne? Genau. Die Leichen zu säubern. Ja, inwiefern? Ihr müsst euch in der Nähe eines... Was ist denn los hier? Entschuldigung. Ihr müsst euch in der Nähe eines verdorbenen Leichnams befinden. Wo auch immer die sein sollen. Ich gehe jetzt mal ein bisschen rum, bevor ich den ersten angreife. Und ich glaube, da liegt bestimmt irgendwo ein paar Sachen rum. Da ist doch was. Ne, Grabskarabeos. Ne, das sind Käfer. Was ist, wenn ich die hier angreife? Und da kommt der nächste Angeraden. So muss es sein. Der legt auch wieder ein Sosdach. Und da hat er gerade als Phantom sogar die Akku-Verdoration, glaube ich. So, erledigt. Warte mal, kann ich den hier noch dingsen? Ne, das ist nicht das Richtige. Da müssen irgendwo noch verdorbene Leichname rumliegen. Wen haben wir denn da vorne? Ein Grat-Hetzer. Ein Grat-Hetzer. Das sieht aber böse aus. So Skorpion-mäßig. Warte mal, da ist doch auch was. Kundschaft, das Gebiet mit dem fünften Banner. Da muss ich auch hin. Da, da ist dieser Banner. Okay, sehr schön. Das wäre geschafft. Die Frage ist, dass hier wirklich, wo sind diese verdorbenen Leichname? Das ist ein ziemlich großes Gebiet. Irgendwo muss hier was rumliegen. Definitiv. Ich sehe hier aber überhaupt gar nichts. Außer diese geklopften Käfer. Und diese Kollegen hier. Schling-Scarabius. Kobalt-Ader. Nee, das auch nicht. Komisch, komisch. Warte mal, das ist auch wieder hier. Das ist auch wieder so ein Fahnenmast. Fahnenmast. Und da sind sogar andere Spieler, die gerade kämpfen. Spieler mit dem Namen Mullbinde. Ordentlich verkehrt. So, nächstes Gebiet. Erkundet. Aber immer noch keine Leichen hier irgendwo. Ach, da ist ein Riss. Ja, ich habe keine Ahnung momentan. Aufgedunstene Leiche. Den habe ich jetzt ganz übersehen. So, das ist aber hier auch nicht das, ne? Nee. So, auch das haben wir erledigt. Aber die Frage ist wirklich, wo sind denn diese Leichen? Kann man ja machen, dass wir mal ein bisschen sauber. So hat es geklappt. So hat es gut geklappt, wollte ich sagen. Sehr schön. Ja, während wir hier diese Fahnenmäste abklappern, muss doch irgendwo mal eine Leiche rumliegen oder so. Das kann doch nicht sein. Oder ich muss wirklich was erledigen vorher. Nächste Banner. Schau nochmal hier. Da hinter uns ist noch einer. Ach, wir sind auch gar nicht mehr am Gebiet. Wir sind hier besiegt Skarabeen am Zackenrand. Haben wir doch eben schon. Wieso hatten das eben nicht gegolten? Ach, das sind keine Skarabeen logischerweise. Das sind die Skorpionähnlichen Teile. Das sind die Skarabeen. Die machen uns aber gar nichts. Hm. Aber wir müssen sie besiegen. 21, ja, da brauchen wir noch eine ganze Menge. Aber da vorne ist die nächste Fahne. So, sehr schön. Damit wäre die erste Quest abgeschlossen. Also eigentlich schon die zweite. Die erste haben wir schon abgegeben vorhin. Oh, da greift jemand an. So, schön, schön. Gut, Freunde. Ich mache jetzt erstmal eine kleine Pause. Falls euch was Besseres einfällt, wie man da mit dieser Mönchsperre das wieder erledigen kann, dieses Problem. Dann dürft ihr mir das gerne schreiben. Vielleicht kennt ihr euch oder sehr wahrscheinlich sogar kennt ihr euch besser aus in Rift wie ich. Wer weiß, was es da für Möglichkeiten gibt. Vielleicht kann man ja auch den Support mal kontaktieren, dass der einem das freischaltet. Wobei ich nicht weiß, ob ich noch einen Kaufbeleg, wie ich es vorweisen sollte, dass nie dieser Account ist. Zumal wir den Account damals auf meine Frau angemeldet haben. Hm. Alles nicht so einfach. Aber falls ihr eine Idee habt, könnt ihr sie mir gerne schreiben. Ich bin da momentan etwas ratlos. Und wie gesagt, kann ich jedes Mal vor dem Spielen meiner Frau eine SMS schreiben. Das ist ein bisschen doof. Gut. Dann wünsche ich euch, falls wir uns nur in Rift sehen, schon mal frohe Weihnachten. Ansonsten sehen wir uns noch in anderen Projekten von mir. Macht's gut. Bis dann. Bis dann.